Es wird künstlerisch, irgendwie tierisch, glamourös und packend. Dein Hauptstadt-Sport-Wochenende auf deinem Hauptstadt-Sender. Nachbarschaftsstreit im Fuchsbau. Die Füchsefrauen wollen nach ihrem grandiosen Final-Voreinzug im Pokal nun schnellstmöglich auch den Klassenerhalt klar machen. Gegen Tabellennachbarn Blomberg-Lippe soll der nächste Schritt dahin gemacht werden. Fliegeralarm im Europa-Schwimmpark. Bei der Sprunggala vom TSC fliegen die besten Wasserspringer vom Turm und vom Brett. Dabei machen sie atemberaubende Salty-Drehungen und Schrauben. Titeljagd im Cold Sport Center. Auf dem Weg zum Hallenhockey-Final 4 soll zweimal der SCC, der SC Charlottenburg, überrollt werden. Die beiden Teams vom Berliner Hockey-Club wollen nämlich am Wochenende das Viertelfinale klar machen. Brandgefahr in der O2 World. Dort brennen Weltklasse-Artisten ein Feuerwerk der Turmkunst ab. Im neuen Programm, der Megashow, legt sich das internationale Star-Ensemble mit der Schwerkraft an. Körperbeherrschung und spektakuläre Artistik rauben einem die Sinne Spannung, Bewegungskunst und Spitzensport. Dein Hauptstadt-Sport-Wochenende auf deinem Hauptstadt-Sender. So vielfältig wie Berlin. Hauptstadt-Sport-TV klickt rein. Outt Outt Bis zum nächsten Mal.